Musik So wie man Ende der 60er Jahre eben Helga hieß, wenn man als Mädchen oben mitspielen wollte. Aber ich war ja nicht mal ein Mädchen. Ich korrigierte das Ende des Zweiten Weltkriegs. Mein böser Onkel Trank Asbach kotzte vom Balkon und sah Studentinnen nach mit blumenem Haar. Ich saß zwischen Hundegebirgen im karierten Gärten, spielte Wandergitarre wie im CVJM gelernt und konnte mich nicht entscheiden zwischen Reinhard May und Kickout the Jams, Motherfucker. Mitten in der Mathe-Stunde entdeckten sie, ich brauchte eine Brille. Von Chimeks Tierleben lernte ich Onanieren. In nichts war ich gut, außer eine Angst. Das kann man nicht lernen, das hat man. Hätte ich mit 14 gewusstet, welche Raserei mich heute Unordnung bringt, ich hätte mir die Pulsadern aufgebissen. Mein bester Freund verließ mich für meine erste Freundin. Einen langen Moment war ich sicher, das sei nicht wieder gut zu machen. Er dauert noch ein. Einen langen Moment war ich sicher, das sei nicht wieder gut zu machen. Einen langen Moment war ich sicher, das sei nicht wieder gut zu machen. Im Unterricht hob ich meine hässlichen Pullis bis an die Brustwarzen. Sei ganz ruhig, du bist unter Feinden. Der Lehrer fragte, Probleme mit der Unterwäsche? Seit damals schiebt wieder und wieder der grässliche Zwilling die Kennkarte quer in meinen Kopf und reißt mir die lächelnden Mundwinkel blutig. Verlässt mich niemals ganz der Wunsch. Nach 131 Tagen Koma. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020